Herzlich willkommen, lieber Steinbock. Wir schauen in die Karten. Was darf ich dir hier mitteilen? Was geht es jetzt gerade bei dir aktuell und in naheliegender Zukunft? Und ich fange sofort an, ein Lotus-Stern, denn ich bin sehr gespannt. Und ich fange bei dir an mit den Charms. Okay, mal gucken. Was darf ich dir hier mitteilen? Und ich greife mal über die Färze rein hier. Ups. Was haben wir denn hier? Das mache ich mal kurz auf die Seite. Ah, die Freiheitsstatue hier. Es geht um deine Freiheit. Und die Pyramide, die hatte ich jetzt bei einer Legung, ich weiß jetzt nicht mal welche. Und da sind Treppen abgebildet. Du erklimmst es wie Rocky und siegessicher. Und was ist das? Ah, ein Storch mit dem Baby. Vielleicht wirst du Papa, Mama oder bist es oder hast den Wunsch. Wir haben ja ein Schutzschild und ein Kreuz, ein Karma, eine Lernaufgabe. Na, da haben wir wieder die Spinne. Also, ich bin ja Fan von allen Tierchen. Wenn die nicht bei mir leben. Also ich möchte auch keine Giraffe in meiner 10 Quadratmeter Dachwohnung, Altbauwohnung haben. Aber auch keine, keine, keine solche, solche, solche. Ich habe überall so Gitter an den Fenstern, damit die auch wirklich draußen bleiben, ja. Ich mache die aber auch nicht kaputt. Ich lasse die dann immer im Glas und Riesenglas und Kadon und trage die dann die ganzen 75 Stufen runter und raus ins Gras. Und ja, auch im Winter. Weil, ja, ja, ich weiß. Also, ja, dementsprechend. Und letztens habe ich es reingekriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei welcher Legung es war. Ja, da habe ich aber ein Video gesehen gehabt und das muss ich jetzt kurz reingeben, damit du das verstehst. Ich habe da so ein Video gesehen, wo so ein Riesenöschi, also so ein richtig großer Spinnentier hier, ja, mit so Haaren und, ja. Und dementsprechend hat die Dame, das war eine Dame, Respekt davor, die hat da so ein Riesenkissen auf dem Schoß gehabt. Und dann wie so ein Katzenvideo gemacht oder so ein Hundevideo, wo so ein Welpe, so ein ganz kleines Baby, ja, auf dem Rücken liegt. Und man das Bäuchlein so kraulen kann. Und dann macht man Kutschi, Kutschi und Ha, ja, und Kutschi, Kutschi und Ha. Und das Kätzchen macht mit oder der Hund, ne. Und da war es die Spinne. Ich war, also erstens war ich fasziniert, dass das eine Frau und so ein Spinnentier, ne. Ähm, aber auch, dass die die Spinne mitgemacht hat. Also man hat gesehen, ähm, dass die auch gestreichelt wurde und auch wirklich, ähm, ja, das genossen hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ja ziemlich gewährt oder sowas. Ähm, und da kriege ich jetzt auch einen Film rein. Deswegen musste ich dir das jetzt erzählen. Also, du löst dich von alten Verstrickungen. Ich gucke jetzt erstmal kurz hier fertig, dann hole ich den Film und ein Kettilek. Ja, es geht volle Fahrt voraus ins Neue. Moment, ich muss mal kurz nach dem Film schauen. Film, wo steht der in dieser Stelle? So, wie heißt dieser Film? Das ist ein lustiger Film. Ist auch schon ein bisschen älter. und ich schneide meine Videos nicht, wie man sieht, hört, also gerade hört, wie man sieht. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo, wo ist denn dieser Film? Es kann einen Moment dauern. Moment. Moment. Aber ich werde ihn finden. Das ist immer dieser Vorführeffekt, ne? Wenn man so Impulse hat. Und dann, ähm, weiß man ganz genau, dass das muss jetzt sein. Aber, ja, aber. Wo steht der denn? Wo ist er denn? Ah, da haben wir ihn doch. Tag ihn. Moment. Ah, das ist ein Doppel-DVD. Okay, Moment. Kleinen Moment. Wir brauchen nur den einen. Hab Geduld mit mir. So. Also. Und zwar ist es dieser hier. Ähm, ja. Aus dem Dschungel in den Dschungel. Mit, äh, Tim Allen. Ähm, ja. Jetzt wird's richtig wild. Und zwar, ähm, ist das ein super lustiger Film. Und da kommt auch, ähm, ja. Das Tierchen vor. Alte Verstrickungen lösen sich bei dir. So, wir nehmen eine Engelskarte. Ei, ei, ei. Das war jetzt aber. Ist klar. Wenn man dann so einen Impuls hat. Und dann weiß man, ach, der muss doch da jetzt irgendwo. Und dann, ja. Ah, Anmut. Okay. Du nimmst es an. Den Mut. Hab den Mut. Und geh voran. Ja, in dem Film geht's auch darum. Um Mut. Und Kraft. Und. Ah. Auch um die Freiheitsstatue. Also die zwei Dinge hier. Also die Freiheitsstatue und die Spinne. Die kommen darin auch vor. Moment. Lass mich überlegen. Auto kommt auch drin vor. Pyramiden glaube ich nicht. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Und halt wirklich. Ähm. Hier kam er und. Ähm. Ja. Ja, eine Lernaufgabe. Wo man dann wirklich bewältigt. Ja. Und es geht halt auch ums Kind, ne. Also das auch so. Warte. Das war andersrum. So rum. Genau. Also. Der Film soll es sein. Also nicht nur was zum Lachen für die ganze Familie. Sondern auch noch mit Tiefe. Oh. Okay. Welche? Ich nehme die hier. Meisterfuchs. Ein schlauer Schachzug verhilft dir deinen Plan zu verwirklichen und umzusetzen. Raffiniert. Ausgefuchst. Klug. Planung. Umsetzung. Ja. Das geht in dem Film auch darum. Ja. Das ist die eine Seite. Und was war die andere Seite? Aufblühen. Guck mal wie wunderschön. Dein neues Ich möchte er erlebt. Und entdeckt werden. Entfalte deine Blüte. Neuanfang. Zielsetzung. Chancen. Weiterentwicklung. Das ist mit diesem Film vollkommen im Einklang. Eigentlich brauche ich hier gar nicht die Karten legen. Musst du nur den Film gucken. Na Quatsch. Natürlich legen wir hier Karten. Alle Karten kommen auf den Tisch. So. Was darf ich dir mitteilen? Was darf ich dir mitteilen? Also wenn du den Film geguckt hast. Also falls du ihn wirklich schaust. Ja. Ich weiß nicht. Der ist schon etwas älter. Hat man den irgendwo. Heutzutage ist ja nicht hier DVD. Sondern wie heißt das? Im Internet. Ausleihen oder sowas. Ja. Ja. Du wirst es schon machen. Also wenn du den geguckt hast. Dann kannst du gerne zurückkehren zu diesem Video. und einen Kommentar da lassen. Ob du den wirklich geschaut hast. Und was dir da so für Erkenntnisse und Impulse da reinkamen. Also war mir sofort die Spinne. Und ja. Die Freiheitsstatue. Aber so. Ja. Der Wagen. Durchbruch. Aufbruch. Durchbruch. Vielleicht geht es auch gerade um dein Auto. Um ein Fortbewegungsmittel. Muss nicht unbedingt jetzt Auto sein. Kann jetzt auch wirklich ein Fahrrad sein. oder ein Noppet oder irgendwas. Wo du da gerade irgendwelche Verstrickungen, Hindernisse hast. Sind aber leicht lösbar. Also da schon mal das. Oh. Zehn der Kelche. Ja. Es kann um eine Ehe gehen. Muss es nicht. Ja. Ist immer bei mir die Disney-Karte. Das ist glaube ich. Ja. Das ist sogar ein Film von Disney. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Ja. Mit der 1 und mit der 0. Da fängt es ja an. Mit dem Narren. Wieder mit Leichtigkeit ins neue Leben gehen. Man möchte hier das Übersprudeln der Gefühle. Man möchte da von anderen. Ja. Das was man da reingegeben hat. Möchte man jetzt in Maßen dosieren. Wo gebe ich jetzt da rein? Wie viel gebe ich rein? Und was will ich wirklich? Da ist so dieses. Ja. Auch mit dem Magier. Du fängst von vorne an. Und du hast alle Ressourcen, die du jetzt brauchst. Ja. Und um das. Den Durchbruch zu verwirklichen, den du auch möchtest. In dem Film geht es auch um einen Durchbruch. Um nochmal einen Neuanfang. Das ist echt krass, dass hier eine Botschaft gerade durchkommt. Okay. Es ist auch wirklich hier die Happy-End-Karte einerseits. Aber auch diese Karte von Illusionen. Ja. Es kann um fehlende Emotionen gehen. Durch äußere Einflüsse auch. Ja. Kann es ja auch sein. In dem Film passiert jede Menge von äußeren Einflüssen, wo man da gar nicht drauf kommen würde. Und da geht es auch um Trennung und Zusammenfügen und Zusammenfinden. Ja. Also es kann auch Patchwork-Familie sein. Es kann wirklich. Ich kriege hier so ein Ü-Ei rein. Spiel, Spaß und Spannung. Und da soll jetzt wirklich es vorangetrieben werden. Und dann damit auch mit anderen, dass man das Glück dann auch harmonisch zusammenleben und die Freude erleben darf. Du machst hier einen Aufbruch. Ja. Du nimmst die Hürde und die Berge in Angriff. Du nimmst den Weg auf dich mit der Lotusblüte hier in der Hand. Und möchtest du da jetzt deinen Weg gehen? Also das ist schon viel Gefühl bei dir. Ja, also sind sehr nah am Wasser. Übrigens, der Film hat auch mit Wasser zu tun und eine große Pfütze zu überqueren. So, sagen wir es mal so. Und da kommt hier das Hass der Münzen. Dein Vorhaben ist eine große, große Chance, die du dir jetzt selbst verwirklichen möchtest. Durch harte Arbeit, Fleiß, Ausdauer hast du jetzt die Verantwortung dafür, dass es jetzt durchgeht. Ja, also wirklich dahin kommt, wo es hin soll. Im Film, wenn du den wirklich guckst, ja, und hier zurückkehrst, dann freue ich mich darüber. Ich freue mich ja über jedes in den kommenden Tagen. Aber wenn du das wirklich machst, dann müsstest du das jetzt verstehen, was ich sage. Das wissen dann nur Insider. Das weiß dann nur du und ich, wo den Film geguckt haben, ja. Ja, hallo du. Wenn du darüber lachen kannst, dann weiß du Bescheid. Okay, ich kriege hier Bilder rein. Ach, haie, aber tolle Energie, wirklich. Ist ein schöner Aufbruch. Und kurz vor, im Prinzip vor einer Verlobung, Heirat, Familiengründung, Patchwork. Ich kriege hier wirklich alles rein. Also wirklich querbeet, ja. Ja, und ohne das eine kann ja das andere nicht existieren. Man muss ja etwas Altes verlassen, damit man es ja ins Neue gehen kann. Und das möchtest du schnell, ne. Der Wagen ist ja einer der schnellsten im Tarot, ja. Und mit sieben der Stäbe ist es wirklich so, du willst das machen, du willst das jetzt tun. Und du bleibst auch standhaft. Du bist da, du folgst da deinen moralischen Vorgebungen. Und ja, auch wenn du vorher mutlos warst, jetzt überwindest du dich. Jetzt geht's los, ja. Und du kämpfst für dich und deine Liebe. Da weißt du jetzt ganz genau, wo, wo, wo lang. Okay, da kommen gleich zwei, drei, okay. Ja, du musst etwas Altes bereinigen, damit du das Neue wieder, damit du die neue Verbindung leben kannst. Das ist wirklich hier so aufgeführt. Ja, und wenn das Alte mal wirklich du hinter dir gelassen hast, dann tauen auch, dann kannst du entspannen, weil das ist eine richtige Anspannung, wo hier liegt. Ja, du musst da wirklich Schlauffuchs an den Tag legen. Also nicht mit Tricks oder Hinterhältigkeit, so sehe ich, also ich sehe Füchse so nicht. Für mich ist das eher ein vorsichtiges Herantasten, ganz mit Sanftpfoten und wirklich sehr leise, ohne Stress, ohne Hetze, ohne Ärger, einfach damit das eben reibungslos geht. Und dass da wirklich von allen Seiten das Verhältnis geklärt ist. Ja, mit zwei der Stäbe, das zeigt mir wirklich so an, du hast da jetzt ganz viel reflektiert und schaust jetzt gerade deine, dein Leben an. Die Qual der Wahl, ja. Ich kann es so laufen lassen, wie es jetzt ist, aber es ist das, was ich dann mir auf meinem Ende von meinem Bett, ja, wenn ich mal aus diesem Körper gehe, ist es genau das, was ich dann wirklich wollte oder erwischt es mich dann mit meinen Gefühlen dann dort eiskalt. Ja, und du möchtest hier auch nicht, ja, wenn zum Beispiel der eine ein Bettler ist und der andere ein Bettler, ich nehme jetzt hier das Beispiel, ja, und der eine fährt im anderen in die Tasche und der andere in der anderen Tasche, ja, und beide holen die Hände raus und stellen fest, du hast ja auch nichts, ja, ja, das möchtest du nicht erleben, ja. Also, du kommst da jetzt in deinen Selbstwert und lässt auch deine Gefühle dann auftauen, ja, irgendwer taut deine Gefühle auf, ja, irgendeine Herzensdame, Herzensherr, ja, wo du da, ja, die Verbindung festigen möchtest, aber da muss man eine alte Situation dadurch verlassen und das, das hängt mit vielem zusammen, das kann ich dann schon verstehen, ja. Aber am Ende wird alles gut, am Ende gibt's Disney, Happy End, dann stimmt's wieder mit der Karte, ja, und dann ist auch hier mit vier der Stäben, auch wenn eine Situation, vielleicht muss auch dein Gegenüber auch noch eine Situation bereinigen, dass ihr beide vielleicht vergeben seid mit Partnern, wo ihr vielleicht nicht glücklich seid, ja, oder da schon längst beendet habt und ihr jetzt zusammen seid, aber da jetzt auch nochmal eine Verbindung stärkt durch Kinder und, was weiß ich, du hast Kinder mit einem Ex-Partner und dein Gegenüber habt und Kinder mit Ex-Partner und so habt ihr zwei plus zwei, habt ihr vier Kinder und kriegt jetzt eins zusammen und dann sind's fünf Kinder und, also, vielleicht auch so, so, so Patchwork, also, wirklich, das krieg ich alles hier so rein, ja. Und dann willst du ja natürlich nicht nur, dass du feiern kannst, sondern auch, gönnst es natürlich auch den anderen und dass ihr da gemeinsam in Frieden und Harmonie das dann stabil leben könnt, ne, Gemeinschaft, ja. Und da ist wirklich auch wieder hier die, ja, das Daheimstärken, die feste Verbindung, Beziehung, ja, ich weiß ja nicht, ob ihr zusammenlebt oder noch nicht, oder, ja, ja, Verlobung, Hochzeit, auf jeden Fall Klarheit schaffen und offen sein und, ja, seine Intentität einbringen und dass das sich dann stärkt hier. Was haben wir im Unterdeck? Da haben wir den Ritter der Münzen. Der ist ganz nackig. Unter dem Laken ist er ganz nackig, der Purzel. Und, ja, das ist ja mit Stärke und Willenskraft und auch mit der Sonne im Herzen, man weiß, was man will und man weiß das auch am Tage, nicht nur bei, bei Nacht, ja, trägt man sich dahin, sondern man weiß das, aber man ist so ein bisschen langsam unterwegs. Das ist die langsamste Energie im Tarot, finde ich, für mich, ja, jeder legt ja Anlasskarten, deutet sie, aber für mich ist es eine langsame Energie und man weiß schon, wohin man will, aber die geht halt nicht so schnell und hier haben wir die Königin der Münzen. Ja, also ich habe das Gefühl, da mit dem Partner, wo du da an deiner Seite wählst oder gewählt hast, ja, dass du da wirklich die Fülle leben kannst, weil die, die Königin der Münzen, die ist wirklich, ja, da kannst du investieren, da gibt es Stabilität in allem, sei es jetzt im irdischen Materiellen oder auch im Gefühl. Aber ich glaube, du hast da so ein bisschen Schiss, dass das so, wie es mal war in einer Ex-Beziehung, dass du da vielleicht, ja, Bindungsangst jetzt hast oder auch halt da wirklich dich nackig machst und dann geht es nicht so voran, wie du willst und hast Angst, dass die damit dann dir oder der Herr, ja, hängt keine Geschlechtsteile dran und steht auch keinen Namen drauf, gell, also münzt dir zurecht, dass die dann sich von dir abwendet, weil du glaubst, du hast da nicht, kannst nicht das bieten, was, was die Person da, glaub mir, die, die hat genauso Angst, die Person ins Neue zu gehen und da volle Kanne reinzugeben, wie du auch, weil auch die Person hat ja viel durch und wenn du mit der Person schon verbandelt bist oder eben auch schon Kinder hast oder zusammenlebst, dann, dann weißt du es, ja, dann brauche ich dir das ja jetzt nicht hier sagen, ja, aber so schaut es aus hier, jetzt ziehe ich dir einen Wegweiser hier, gell. Ja, deine Gefühle werden aufgetaut und dann, du weißt ja jetzt, wo du reingeben sollst und wo nicht und das kommt gut und denk dran, nichts passiert zweimal auf die gleiche Weise. Ja, und das Leben ist das, was passiert, wenn man eitrig dabei ist, andere Pläne zu machen, gell. Ja, du hast, ähm, hast deine, deine Extreme in der vergangenen Situation ja kennengelernt und jetzt suchst du Frieden und ein, deine Vorsicht hat, äh, dennoch zu einem Gespräch von Herz zu Herz geführt. Das kriege ich hier rein und jetzt geht es vielleicht schneller, als du denkst und du hast da, ja, Schiss, kann ich verstehen. Oh, da sollen es zwei sein. Erst ruhig die erste vorlesen. Also, diese Entscheidung kann nur mit Liebe getroffen werden. Höre auf dein Herz. Guck mal, da sind zwei, zwei Turtel-Täubchen und da ist die Liebe in der Mitte mit einem türkisblauen Band. Ähm, andersrum, Entschuldigung. Jetzt bin ich schon, hi. Ich liebe solche kitschigitschig Energien. Kitschigitschigänsehaut. Es wird Zeit, dass du dich umdrehst und gehst. Es gibt kein Zurück. Ja, das ist hier mit der alten Situation verbandelt, ja. Das heißt ja nicht, dass da das normal passieren muss, ja. Aber ich kann es verstehen. Alles, was man noch nicht kennt, alles, was neu ist, ferne Horizonte können Angst machen, ja. Aber, wie gesagt, Angst ist der Platz, wo die Liebe noch nicht ist. Und, ähm, da darfst du zum Captain Jack Sparrow werden und darfst da deinen Kompass nehmen und an ferne Horizonte, wonach dein Herz sich sehnt. Dahin bringst du dich auch, ja. So, das ist deine Seelenbotschaft hier. Harmonie in deinem Zuhause, indem du dein Zuhause verschönerst, etwas neu gestaltest, sorgst du für Harmonie und in deinem Umfeld und in dir. Da auch wieder die Lilie und, ähm, ja. Viel Feuer, viel Kerzen. Ja. Ich, 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 ich lasse das so stehen. Ich sage dazu nichts mehr. Aus die Maus. Ich bin, ich bin sprachlos jetzt. So. Also ich schaue die nächsten Tage nochmal rein und, ähm, ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste und, ja, gutes Gelingen. Lass es dir gut gehen und mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.